Herzlich willkommen zur Neuauflage des Videos zum Dunbar-Syndrom, Ligamentum-Akuatum-Syndrom. Das hatte ich vor einigen Tagen publiziert, aber jetzt ist schon eine Neuauflage erforderlich, zwecks Fehlerkorrektur. Was ist jetzt neu in der Neuauflage? Eine Fehlerkorrektur ist erforderlich. Das Ganglion am Truncus Zyliacus ist nämlich entsprechend das Ganglion Zyliacum und nicht das Ganglion Stellatum. Hatte ich verwechselt. Vielen Dank für den Hinweis. Jonathan Steinke hat darauf hingewiesen, also das Ganglion Stellatum ist eine Verschmelzung des dritten Halsganglion und des ersten Brustganglion und wird auch Ganglion Cervicotoracicum genannt und das am Truncus Zyliacus entsprechend einfach nur Ganglion Zyliacum. Vielen Dank für die Korrektur. Sie lernen hier die Definition die chirurgische Anatomie die Klinik und die Therapie des Dunbar-Syndroms, Ligamentum-Akuatum-Syndrom auch genannt. Kommen wir gleich zu den Synonymen, dass wir wissen worüber wir hier sprechen. Also Dunbar oder Ligamentum-Akuatum-Syndrom auf Englisch Median-Arcuate-Ligament-Mahl-Syndrom und den Begriff Hayola-Marable-Syndrom oder Marable-Syndrom gibt es dort auch. Und über diese Namen sprechen wir dann später noch kurz im Zusammenhang mit der Historie, die wir ja auch immer hier anschauen. Definition. Was ist jetzt darunter zu verstehen? Das Dunbar-Syndrom ist eine intestinale Mangeldurchblutung, man spricht von Angina abdominalis, infolge der Kompression des Truncus Zyliacus durch das Ligamentum-Akuatum. Brauchen wir jetzt, um das zu verstehen, ein bisschen chirurgische Anatomie. Die haben wir hier, chirurgische Anatomie. Also das ist das Zwerchfell mit den drei großen Öffnungen des Zwerchfells. Die wiederholen wir hier kurz. Vorrahmen Venae Kave im Zentrum Tendineum des Zwerchfells gelegen. Durchtritt der Vena Kava, wie es der Name schon sagt. Dann hier der Hiatus Oesophageus, den kennen wir ja schon aus der Therapie der gastro-oesophagealen Reflux-Krankheit und der Hiatus Hernie. Und hier der Hiatus Aorticus. Und das hier ist das Ligamentum-Akuatum. Das gehört zum Hiatus Aorticus. Das ist die vordere Begrenzung des Hiatus Aorticus. Und das inseriert hinten am 12. Brustwirbelkörper. Hier durch den Hiatus Aorticus und durch das Ligamentum-Akuatum tritt nun die Aorta von Thorakal nach Retroperitoneal ein. Und der erste Abgang ist dort der Truncus Zyliacus. Außer den beiden dort auch noch abgehenden Zwerchfell-Arterien, die ich jetzt hier nicht eingezeichnet habe. Also Truncus Zyliacus mit der Arteria Hepatica communis, der Arteria gastrica sinistra und der Arteria lienalis. Und so sitzt dann da der Magen. Den brauchen wir natürlich auch chirurgisch gesehen, weil der ist ja da ein bisschen im Weg. Aber durch das kleine Netz, durch das Momentum Minus, welches wir spalten können, kommen wir dort problemlos zum Hiatus Aorticus ebenfalls hin. Müssen wir uns ein bisschen weiter dorsal halten, wie als wenn wir zum Hiatus Oesophageus hinwollen für die Antireflux-Hirurgie. Gucken wir uns jetzt die Patoanatomie und Patophysiologie an beim Dunbar-Syndrom. Da ist nämlich das Ligamentum Acuatum etwas zu prominent ausgebildet und führt dort zur Kompression des Truncus Zyliacus im Bereich des Hiatus Aorticus. Und man denkt, dass die primäre Schmerzentstehung ischemisch bedingt ist. Es gibt aber noch eine weitere Hypothese, dass auch eine neuropathische Komponente der Schmerzentstehung besteht. Also dass es nicht nur ein ischemischer Schmerz ist, dadurch, dass der Truncus kompromittiert wird, sondern auch ein neuropathischer Schmerz soll dazukommen durch Kompression des ebenfalls dort lokalisierten Ganglion Zyliacum. Nicht Ganglion Stellatum, wie ich in der Erstauflage gesagt hatte, das ist falsch. Ganglion Zyliacum muss es heißen. Also Irritation von Schmerzfasern des Sympathikus soll zu einem neuropathischen Schmerz beim Dunbar-Syndrom führen. Zusätzlich zur ischemischen Schmerzkomponente. Symptomatik Wie gesagt, die Symptomatik sind natürlich Schmerzen durch eine Angina abdominalis. Angina, das kennen Sie ja vielleicht besser von der Angina pectoralis, das ist ja die Brustenge. Und dieses hier ist quasi die Enge des Bauchraums. Enge in der Blutversorgung der Abdominalorgane. Angere, lateinisch verengen, erdrosseln. Also, man spricht auch von Angina intestinalis, alternativ zu Angina abdominalis, meint das gleiche. Oder ein anderer Begriff, Claudicatio intermittens abdominalis. Das ist natürlich den Begriff Claudicatio intermittens, also dem intermittierenden Hinken bei der AVK nachempfunden, angelehnt. Und Claudicatio heißt auf Latein das Hinken. Also, das ist aus meiner Sicht ja so ein bisschen der schlechteste Begriff. Angina abdominalis und Angina intestinalis trifft es besser. Aber Claudicatio intermittens abdominalis ist wohl auch mal ausgedacht worden. In Anlehnung an Claudicatio intermittens, das intermittierende Hinken bei der PAVK. Was verspüren die Patientinnen jetzt dabei? Hauptsächlich sind das Frauen, die dieses Krankheitsbild bekommen. Das sind chronische Abdominalschmerzen, insbesondere postprandial, also nach der Nahrungsaufnahme. Übelkeit, Nosea, Erbrechen, Emesis. Und Gewichtsverlust wird häufig beobachtet bei diesen Patientinnen. Gegebenenfalls ist die Symptomatik auch lageabhängig. Beschwerdebesserung im Stehen und Beschwerdeverschlechterung in Rückenlage. Epidemiologie Geschlechterverhältnis 4 zu 1 Ich hatte es eben schon vorweggenommen, also Frauen sind häufiger betroffen. Der Altersgipfel ist bei 40 bis 50 Jahren. Und in der Bildgebung ist eine Einengung des Trunkus Zöliakus sogar häufig. 10 bis 25 Prozent in CT-Untersuchungen, aber nur 1 Prozent etwa sollen davon klinisch symptomatisch sein. Und die Diagnose eines Dunbar-Syndroms wird letztlich relativ dann doch selten gestellt. Historie Dazu gucken wir uns nochmal kurz diese Synonyme, die bereits zitierten, an. Da steckt ja Dunbar drin, Haryola und Marabel. Und diese Namen finden wir wieder, wenn wir die Historie anschauen. Das war die erste publizierte Serie von Patienten. 1965 Erstautor der genannte Dunbar und Letztautor ein Herr oder Frau Marabel. Und das ist publiziert in einem radiologischen Journal. 1965. Merken Sie sich diese Jahreszahl. So und schon 1963 hat ein gewisser Haryola diese Arbeit geschrieben. Das soll die Erstbeschreibung der chirurgischen Therapie, also mit Freilegung des Trunkus Zöliakus, Spaltung des Ligamentum Acuatum gewesen sein. Aber noch früher ist die Entität vom Anatomen Benjamin Lipschatz 1917 beschrieben worden. Und zwar im chirurgischen Journal Annals of Surgery 1917, Erstbeschreibung der Pathoanatomie, der heute als Dunbar-Syndrom bekannten Entität. Und das hier ist der Titel dieser Studie zum Trunkus Zöliakus, die der Anatom Benjamin Lipschatz in Philadelphia 1917 publiziert hat. Die Arbeit ist frei zum Download bei PubMed Central verfügbar. Ist recht interessant. Also da finden Sie viele Sachen auch zur Anatomie des Trunkus Zöliakus, was wir ja auch in anderen Videos zum Beispiel zur Apple-B-Operation bereits diskutiert haben. Oder im Video zum Wilkie-Syndrom. Ja, und das Ganze ist vor der Ära der Computertomographie gewesen. Jetzt gucken wir uns mal an, was ist die Computertomographie? Das kennen Sie ja bereits aus anderen Videos. Röntgenstrahlen basiertes computerisiertes Schnittbildverfahren. Thome, griechisch Schnitt. Graphi in griechisch Schreiben, Zeichnen. Und wir schieben den Patienten durchs CT. Das ist so dieser klinische Begriff. Und erinnern Sie sich, 1965 sollten Sie sich merken, die Entdeckung der Röntgenstrahlen war schon 1895 durch Wilhelm Kontrat Röntgen in Würzburg. Der hat die heute X-Rays und im deutschsprachigen Bereich Röntgenstrahlen genannten Strahlen entdeckt am 8. November 1895 am Physikalischen Institut der Uni Würzburg. Und er hat dafür den ersten Nobelpreis für Physik 1901 bekommen. Und die Computertomographie wurde erst 1971 von Godfrey N. Hounsfield entwickelt. Der hat auch dafür später einen Nobelpreis bekommen, zusammen mit dem südafrikanischen Physiker Alan McCormack. Ja, und Entwicklung der Computertomographie zwischen 1971 und 1976 bedeutet, dass das Dunbar-Syndrom noch vor der Ära der Computertomographie beschrieben worden ist. Und heute ist natürlich die Computertomographie das Diagnoseverfahren der Wahl in Form des Angio-CT. Kurz die Diagnostik. Gastroskopie, Choloskopie, CT-Abdomen, Angio-CT. Also wir brauchen IV-Kontrast, um dort den Trunkus Ciliacus und die Aorta vernünftig darstellen zu können. Alternativ kann man natürlich auch ein MRT machen. Dann Farbkodierte Duplexsonographie. Damit kann man die Strömungsverhältnisse in Gefäßen sonographisch mit dem Farbdoppler darstellen. Und gegebenenfalls Angiographie. Aber merken Sie sich, Dunbar ist natürlich eine Ausschlussdiagnose. Sie müssen erst alle anderen morphologischen Entitäten ausschließen, bevor Sie anfangen, an irgendwelchen Gefäßeinscheidungen am Trunkus Ciliacus oder Hypertrophen Ligamenta Acuata herum zu operieren. Also das ist ganz wichtig, dass man erst eine breite Diagnostik machen muss, um alles andere vorher auszuschließen. Ausschlussdiagnose. Ja und Therapie ist schon mehrfach en passant erwähnt worden. Das ist natürlich die Spaltung des Ligamentum Acuatum und die Freilegung des Trunkus Ciliacus. Das wird Faser für Faser gemacht, kann man offen machen, ist natürlich erst offen beschrieben worden, ist inzwischen auf das laproskopische Vorgehen übersetzt worden. Und heutzutage etabliert sich da zunehmend die robotische Operation, weil man an diese Stelle mit den abwinkelbaren robotischen Instrumenten sehr gut hinkommt. Gegebenenfalls zusätzliche Entfernung des Ganglions Ciliacum, wie schon angesprochen. Achtung, der Trunkus kann bei dieser Entität papierdünn sein. Also das kann alles durch die Einengung durch das Ligamentum Acuatum sehr fragil papierdünn quasi sein und kann sehr leicht einreißen. Und da muss man dann natürlich eventuell zusätzliche gefäßchirurgische oder interventionelle Maßnahmen am Gefäß in Kauf nehmen. Und wenn da was einreißt, dann muss man natürlich schnell vor Ort sein bei dieser eventuell maroden Gefäßarchitektur. Ich zeige Ihnen hier auf dem Kanal ja immer auch etwas weiterführende Literatur und zum Ligamentum Acuatum Syndrom habe ich Ihnen hier eine aktuelle Übersichtsarbeit herausgesucht, wo Sie bei Bedarf nachlesen können. Das ist diese lesenswerte Arbeit, Median Acuatum Ligament Syndrome Review of this Rare Disease, publiziert in JAMA Surgery 2016. Und zwar ist JAMA Surgery die aktuell höchstreichste chirurgische Zeitschrift mit einem Impact Faktor 14,8. Ich habe Ihnen einen weiteren Chirurgie-Appetizer vorbereitet, der kommt demnächst dann mal. Was liest eigentlich der Chirurg? Da geht es um die ganze bunte Landschaft der medizinischen und chirurgischen Fachzeitschriften und um den Impact Faktor. Und zwar ist es inzwischen so, lange Zeit war Annals of Surgery zusammen mit dem British Journal of Surgery ganz vorne weg, also hatte die meisten Impact Punkte. Und inzwischen ist das aber so, dass JAMA Surgery Annals überholt hat 14,8. Annals of Surgery hat 12,969 und British Journal of Surgery nur noch 6,9 Impact Punkte. Ganz kurz zum Impact Faktor. Was ist das? Auch das sollten Sie wissen. Es ist ein Maß für die Zitierhäufigkeit zum sogenannten bibliometrischen Vergleich verschiedener Zeitschriften. Und zwar gibt der Impact Faktor an, wie oft die zitierbaren Aufsätze in einem Heft in den beiden vorangehenden Jahren im sogenannten Journal Citation Report des Jahres, in dem der Impact Faktor veröffentlicht wird, durchschnittlich zitiert wurde. Und ein Impact Faktor von 1,0 bedeutet, dass jeder Aufsatz der Zeitschrift durchschnittlich einmal zitiert wurde. Achtung, eigentlich ist der Impact Faktor nicht gedacht für den Vergleich verschiedener Wissenschaftler, wird aber dennoch dafür oft missbraucht. Also Universitäten schauen, wie viel Impact Faktoren hat der und der Wissenschaftler akkumuliert. Also wie oft hat er in einem Heft mit dem und dem Impact Faktor veröffentlicht. Und dann werden die aufsummiert. Aber eigentlich ist das methodisch nicht korrekt. Also das ist nicht das, wofür der Impact Faktor vorgesehen ist. Zumal das ja auch verschiedene Formen von Bias, also Verzerrung hat. Das unterliegt natürlich verschiedenen Arten von Verzerrung. Aber das diskutieren wir dann in dem anderen Video. Das war es auch schon zum Ligamentum-Akuatum-Syndrom, Dunbar-Syndrom. Sie kennen jetzt die Definition chirurgischer Anatomie und Klinik, sowie die Therapie des Dunbar-Syndroms, Ligamentum-Akuatum-Syndrom. Das war die neue Auflage des 71. Videos der Chirurgie-Appetizer-Serie. 71 interessante Videos, inzwischen sind es 73. Gesamtspielzeit 35 Stunden, 51 Minuten und 33 Sekunden. Wenn Sie sich alle relevanten Videos ansehen wollen. Der Kanal hat 285.146 Aufrufe und 12.839 Likes bekommen. Vielen Dank dafür. Und der Kanal hat 5.803 Abonnenten. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bitte liken Sie es, abonnieren Sie den Kanal und nutzen Sie gerne auch die Kommentarfunktion.